Tugend Gruppe 1 Freude Tugend Gruppe 1 Freude ist die Bezeichnung für eine Gruppe von Tugenden, die mit Freude zusammenhängen. Der Begriff Tugend hat ja ursprünglich im Altertum und Mittelalter eine sehr breite Bedeutung gehabt. Alle Persönlichkeitseigenschaften des Menschen und letztlich auch Erlebnisfähigkeiten, die irgendwie positiv interpretiert werden können, werden als Tugend bezeichnet. Leider ist der Begriff Tugend im 19. Jahrhundert missbraucht worden. Da hieß Tugendhaft einfach nur, dass man sittsam ist, dass man eine sittsame Sprache gebraucht, dass die tugendhafte Jungfrau diejenige, die sich züchtig kleidet und so weiter. Aber der Begriff Tugend hat ja eine Renaissance erfahren. Letztlich auch durch Ulrich Wickert mit seinem Buch über die Tugenden. Und so können wir heute wieder über Tugenden sprechen. Ich habe ja auch eine Vortragsreihe gemacht mit fast 2000 verschiedenen Tugenden. Die habe ich dann eingeteilt in verschiedene Gruppen. Und da gibt es eben die Tugendgruppe 1 Freude. Zu Freude gehört dann auch Wonne und Glückseligkeit und Seligkeit und Fröhlichkeit und Lachen und so weiter. Und es ist gut, die Fähigkeit zur Freude zu entwickeln. Deshalb ist es auch eine Tugend. Wenn du fröhlich bist, dann steckt das auch andere an. Wenn du anderen etwas Gutes tun willst, dann sorge dafür, dass du selbst Freude erfährst. Also, wenn du versuchst, freudevoll zu sein, dann denke nicht, dass es egoistisch ist. Menschen werden angesteckt von Freude. Daher ist Freude auch eine Tugend.